Good morning, it's fight day! Ich werde euch heute über den Tag mitnehmen, euch alles zeigen. Wir haben jetzt Viertel nach zehn und mein Tag beginnt mit einem Frühstück. Ich habe jetzt gerade meine Haare nass gemacht, weil meine Nachbarin mir gleich Haare flechten wird. Nassen Haaren geht das einfacher, deshalb setze ich hier gerade das Badezimmer unter Wasser. Ich habe eine riesengroße Lieferung von Effekt bekommen, extra für den Fight heute. Die Leute bekommen ein kleines Geschenk von mir. Meine Lieblingssorten sind auch dabei, einmal Superberry und Tropical Blast. Also die Leute, die Superberry und Tropical Blast bekommen. Ich habe mir für diesen Fight eine Krone besorgt, weil mein Kampfname ist ja Princess. Das ist ein Haarnetz, damit hier nicht die ganzen Babyhärchen rausgehen. Das habe ich mir in den USA geholt. Sieht so scheiße aus, aber es hilft. Ist es aufgeregt? Noch nicht, aber ich glaube, wenn wir gleich in die Halle kommen, dann geht die Anspannung so richtig los. Krone passt, Haarnetz wieder auf, gleich geht es zur Halle, aber für mich erstmal noch ins Bändchen. So, wir sind jetzt in der Halle angekommen. Vor jedem Kampf mittlerweile schon ein Ritual für mich, dass ich vorher ein Wrap von Subway esse. Cookies gibt es natürlich erst nach dem Fight. Wie war das mit den Cookies nach dem Fight? Pata Morgana, das ist kein Cookie, das ist ein Stück Karotte. Ich habe mich jetzt fertig umgezogen. Ungefähr in zwei Stunden bin ich dran. Wir sehen uns gleich beim Aufwärmen. Wir sehen uns gleich beim Aufwärmen. Das war's für heute. Die Kornbrettung, die Türkei, die Türkei, die Türkei. 6 x 2 Minuten Super-Bantan-Gewicht! Ring 3 für Runde 1! Weiter rum, weiter, geht weiter! Kassa! Kassa! Hertha ist mit Kassa! Los, gut! Sehr schön! Beifall bei der Runde 1 für Runde 1! Sie hat das letzte Wettbewerb! Die Runde 1 für Runde 1 für Runde 1 für Runde 1! Die Runde 1 für Runde 1 für Runde 1! Hat der Runde 1 für Runde 1 für Runde 1 für Runde 1! Sehr gut, sehr gut, streuen jetzt, gehen durch die Ebenen. Sehr gut, sehr gut. Kein Bock mehr, dass du den zweiten Angriff fährst. Jetzt! Das immer wieder probieren. Das ist gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. 15, 15! Sehr gut! Das ist gut, das ist gut. Ja, das ist gut. Wir sind gut. Wir versuchen auch, dass wir das Ganz eng mit Schlag, sehr weit. Gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren. Siegling gegen der Roten Ecke, Sarah Lippen! Das ist wirklich geil. Ich habe fast gehollt eben. Weil es so überwältigend war. Stresslevel war 0,0. Ich habe von Ron gelernt, man macht jetzt gar keinen Stress. Und das habe ich jetzt so als mein Lebensmotto. Das hat mir auch für den Kopf gesorgt. Und ich bin froh, mir jetzt so richtig einen reinsaufen zu können. Nur für Aaron. Auf dich. Geiler Stoff. Sexform-Kampf. Bis zum nächsten Mal. So. 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 Vielen Dank.